Hallo, liebe ROX12 Nutzer. Mein Name ist Dennis. Ich bin Leiter der Sigma Service Abteilung. Wir haben von euch häufig die Anfrage erhalten, weshalb unser ROX12 WLAN zur Datenübertragung nutzt anstelle von Bluetooth Low Energy, kurz genannt BLE. Wir möchten euch daher kurz die Vorteile nennen, die ihr mit der schnellen WLAN Verbindung habt. Der erste Vorteil, die Geschwindigkeit. Große Datenmengen können mit WLAN deutlich schneller als mit BLE übertragen werden. Dies zeigen wir nun an einem Beispiel an einer gefahrenen Trainingseinheit. Die Daten werden vom ROX12 in die Cloud hochgeladen. Anschließend können die Daten in die Link-App auf deinem Smartphone oder in das Datasender auf Windows sowie Mac synchronisiert werden. Jegliche Software wie Smartphone-Apps, die Sigma Cloud und das Datasender sind natürlich kostenlos. Genauso schnell könnt ihr auch Tracks aus der Sigma-Link-App in den ROX12 übertragen. Einfach die Tracks in die Cloud laden, im ROX12 synchronisieren und schon sind diese im ROX12 verfügbar. Der zweite Vorteil ist die Flexibilität. Egal wo du bist, ob zu Hause in deinem privaten WLAN-Netzwerk, einem öffentlichen WLAN-Hotspot oder deinem mobilen Hotspot über dein Smartphone, du hast immer und überall Zugang zu deinen Daten. Wir sind gerade hier im schönen Pfälzer Wald und können dank unseren mobilen Hotspots auf alle Daten und Portale zugreifen, Daten synchronisieren sowie hoch- und herunterladen. Ich zeige euch das kurz an einem Beispiel mit Komoot. Verbinde deinen ROX12 mit dem mobilen Hotspot deines Smartphones. Gehe danach einfach über den Homebutton zurück ins Hauptmenü und rufe Komoot auf. Ich bin bereits bei Komoot mit meinen Zugangsdaten angemeldet und bekomme automatisch Touren aus der unmittelbaren Umgebung angezeigt. Wähle eine Strecke aus und lade sie herunter. Nun kannst du den Hotspot auch wieder trennen und Komoot zeigt dir nur noch die heruntergeladenen Strecken an. Diese einfach auswählen und losfahren. Der dritte Vorteil, Unabhängigkeit. Der ROX12 muss nicht mit dem PC oder dem Smartphone verbunden sein, um Trainingseinheiten zu teilen, Firmware-Updates durchzuführen oder Tracks von den genutzten Portalen zu synchronisieren. Ganz einfach werden auch neue Karten für die nächste Reise heruntergeladen. Natürlich auch wieder kostenlos. Alles direkt auf dem ROX12, schnell und einfach per WLAN. WLAN ist daher die konsequente Weiterentwicklung für eine schnelle und sichere Datenübertragung. Ich hoffe, ich konnte euch die Vorteile aufzeigen und eure Fragen alle beantworten. Solltet ihr darüber hinaus noch Fragen haben, meldet euch doch gerne bei uns im Kundenservice.